Katja? Tobi? Katja? Tobi? Ach, da bist du! Hallo Tobi! Ah, was machst denn du? Ja, ich bereite dir unsere Toilette vor. Wenn wir doch dann irgendwann bald losfahren. Ja klar. Genau. Und dafür brauchen wir Türchen Nummer 11. Logisch. Unser Solbio. Und nichts anderes. Genau, weil das kann man direkt über die Toilette einfüllen. Und schon ein Liter Wasser dazu und dann kann es losgehen. Perfekt. Und die Schüssel ist immer sauber. Genau. Perfekt auch übrigens zur Reinigung der Dusche oder für den Abwassertank. Wie logisch Abbau war, kannst du dir nie die Toilette entsorgen. Ein Traum für jeden Camper. Endlich wird das ganze Örtchen ein friedliches Örtchen. Solbio. Bei uns online oder im Shop erhältlich. Wir beraten euch natürlich auch sehr gerne. Bis bald, liebe Katja. Bald geht's los. Bis morgen. Ciao, ciao. Auf Wiedersehen. Tschüssi!